Der Priester betet mit der Gemeinde, nicht gegen sie, er betet mit ihr. Mit ihr wendet sich der Priester hin zu Gott, das ist etwas anderes. Sie wissen ja auch nicht, wo Sie, ich meine, ich kriege das oft zu hören, zu sagen, boah, Sie sind so ein sturer Bock beim Zelebrieren, ja, ihr guckt nicht einmal die Leute an. Es geht nicht. Also ich finde das furchtbar, wenn ich sage, und am Abend vor seinem Leiden, nahm er das Brot, sagte Dank, brach es, ja, nehmt und esst alle davon. Ja, Sie lachen jetzt, aber das können Sie erleben im liturgischen Bereich, das ist nicht so weit hergeholt, ja. Und ich sage jetzt auch nicht alle, dass alle Mitbrüder, die das so machen, dass die alle bekloppt sind oder eine Störung haben oder sowas und behandelt werden müssen. Nein, aber im Grunde genommen, also wenn man das als Gemeinde erlebt, finde ich, aber es kommt aus einem, Sie müssen ja irgendwas machen. Also jetzt habe ich dann die Gemeinde vor mir, was mache ich denn mit der? Ja, und ich verstehe das, dass man dann unter diesem Druck gerät, sozusagen, ja, was mache ich jetzt mit denen? Nehme ich die ernst an, dann muss ich auch irgendwann mal angucken. Oder auch wenn ich das Evangelium lese, ja, an welchen Stellen gucke ich da auf? Ich gucke nie auf, ja, einzigartig geht es darum, dass Christus jetzt spricht und wir das hören, und zwar alle, auch der Verkündende muss es hören, ja, der Christus in diesem Fall seine Stimme leiht, und aber die Leute da immer anzugucken, ja, oder beim Tagesgebet, allmächtiger, gütiger Gott, ja, toll! Ja, ist ja gut gemeint, aber es ist aus einem, wie gesagt, nochmal, es geht nicht darum, jetzt zu sagen, die sind alle verrückt, die das machen, wie soll man mit dieser Situation zurechtkommen? Es gibt dafür keine Erfahrung. Und deshalb ist, das darf man ja jetzt wahrscheinlich 50 Jahre danach sagen, ist diese Performance verunglückt, weil es auch keine Tradition dafür gibt. Das geht, also man kann das nachweisen, Stefan Haidt hat gerade einen ziemlich scharfen Aufsatz dazu geschrieben, über diese Putschistengruppe, die von großen Namen angeführt wird, etwa Theodor Klauser, ja, das ist jetzt nicht irgendwer, kleine Abende, aber es war ein Missverständnis, ja, mit dem Trapezarion, das man da hinstellt und mit den Tischen und dem Dings, und nur, weil das von der Wand abgerückt ist, dachte man schon, man hat eine andere Zelebrationsrichtung. Und in St. Peter ist eine andere Situation, weil die Kirche, man konnte die Kirche ja nicht anders bauen, aber die ist, diese Kirche, St. Peter ist nicht geostet, wie sonst alle Kirchen, sondern gewestet. Deshalb hat der Papst immer so zelebriert. Nur haben sich die Leute natürlich auch dann andersrum gedreht und nicht wie jetzt, dann zum Altar hin, ist auch klar, die hatten die gleiche Gebetsrichtung. Also, das führt dazu, dass man sozusagen das irgendwie, das Konzil sagt dazu, nichts. Geben, zeige, jeder kriegt von mir 1.000 Euro auf die Hand, wer mir sagen kann, dass es das Konzil zeigen kann, wo im Konzilsdekret steht, dass die Gebetsrichtung geändert werden muss. So, steht nichts da. Nichts. Du willst die 1.000 Euro haben. Nichts. Ja, frei umschreiten kann. Das sagt das Konzil, weil das wohl ursprünglich so war. Aber man hat aber schon, ich habe das jetzt in den Memoiren von, oder in einer Biografie über Kardinal Höfner gelesen, dass man da schon 1965, also da war das Konzil de facto noch nicht zu Ende, in St. Antonius in Münster, das hat dann republikweit große Wellen geschlagen, da haben die schon alles Mögliche gemacht, das war irgendwann nicht mehr aufzuhalten. Und im Grunde genommen haben sie natürlich schon angefangen, auch in der Lacher Krypta, und ich meine, es ist interessant, wenn man, wie heißt das, Guadini, das ist jetzt euer Bistum da, Rotenfels, wenn man da hingeht und diese Kapelle besichtigt, ja, ja, das steht halt da an der Wand. Natürlich, da wo Guadini zelebriert hat, das ist gar nicht anders möglich. Also, weil man immer da sagt, ja, Guadini, oder manchmal kann man auch hören, das habe ich in der Vorlesung gehört, Odo Kasel, mein Gott, Odo Kasel wäre tot am Altar umgefallen, wenn man den in die falsche Richtung gedreht hätte. Also, da darf man sich mal nichts vormachen. Also, da werden dann immer Namen vereinnahmt für etwas, was überhaupt keiner Überprüfung standhält. Wie gesagt, das soll jetzt nicht unser Thema sein, aber es ist schon interessant, es gehört in das, was ich eben etwas Spitzkriegsschauplatz genannt habe, gehört es herein. Und die Falle, die wir uns stellen, ist immer die auch der Authentizität. Ich kann es aber auch umgekehrt sagen, und das ist ein Gedanke, den Stefanski bringt, leihe ich mir eine Sprache meiner älteren Glaubensgeschwister, so nennt er das. Sie sehen schon, das ist religionspädagogisch ein bisschen weichgespült. Ist aber gar nicht schlecht. Leihe ich mir die Sprache meiner älteren Glaubensgeschwister, um mir selber auszuhelfen? Da muss ich immer für alles ein eigenes Wort haben? Habe ich gar nicht. Herr, ich möchte glauben, hilf meinem Unglauben. Das ist ein großes Wort aus dem Evangelium, aber es ist ja oft so auch für uns. Der sagt dann sogar, ich maskiere meinen Unglauben mit der Sprache meiner älteren Glaubensgeschwister, die glauben konnten. Das ist ein Gedanke, den finde ich eigentlich sehr schön. Und der verrät ein bisschen seine monastische Ausbildung, weil wir das in der Kirche immer tun. Wenn wir in der Falle sind, das ist natürlich auch, wenn ich das höre, wir müssen heutig sein mit unserer Liturgie. Ja. Aber wie? Wie sind wir in unserer Liturgie heutig? Wie machen wir das? Ich meine, wir können das Land auf Land ab besichtigen, wie wir das machen. Also etwa unsere Jugendkirchen, wo ich jetzt auch nicht nur sagen will, ach ja, weil das kann man so und so machen. Das ist ein Versuch, heute noch sozusagen den Glauben zu übersetzen an junge Leute. Unsere Bistümer sind allerdings dann recht erstaunt, unsere Pastoralstrategen, dass sie auch die Jugendpfarrer, die wirklich viel investieren, also wenn ich hier in der Stadt etwa Christian Heinz anschaue, ja, dem kostet das viel, das immer zu überlegen, wie das sonntags geht und das ist dann auch noch eine Eucharistie, die da gefeiert wird. Ja, das kann man so wiedererkennen und so, ja. Das ist mit viel, viel Aufwand verbunden. Aber gleichzeitig steht man ratlos vor einem Phänomen, dass diese jungen Leute heute alle so schrecklich altmodisch sind, heißt das dann. Die sind also von vorgestern. Da gibt es Leute, die gehen in die 62er-Messe. Junge Leute, da ist dann der Drogenvorwurf wieder schnell erhoben, wie beim 2. Vatikanum. Die müssen auch irgendwas genommen haben, ja. Irgendwie sind die jetzt nicht ganz, weil das in unsere strategischen Denkmuster einfach nicht hineinpasst. Was finden die denn da? Genauso, wenn ich so, wie ich jetzt hier sitze, ich meine, das ist ja jetzt noch nicht mal besonders, aber das ist einigermaßen korrekt, ja, mit diesem Krägelchen da oben. Also, ja, wenn ich so manchen Mitbrüdern begegne, die vor 50 Jahren geweiht wurden, dann sagen, Gott, ist das kopfkrank, wofür haben wir eigentlich gekämpft? Unsere schönen, karierten Hemden und die Jeans, ja. So, und jetzt kommt diese bekloppte Generation wieder und zieht so einen Scheiß an. Das haben wir uns vom Leib gerissen, wir haben froh, dass wir endlich niemand tragen mussten, ja. Und jetzt machen, die machen das freiwillig, wer zwingt sich dazu? Wie viel Geld kriegen sie dafür, ja? Wer bezahlt ihnen das? Von wem wird das gesponsert, ja? So ist die Vorstellung. Also, was heißt heutig? Wer definiert, was heutig ist? Und fragen Sie mal in den 70er Jahren, was heutig ist. Ich kann mich noch an den ersten Jugendgottesdienst in meiner Pfarrkirche erinnern, das war sozusagen in diesem Eifeldorf der Gräuel der Verwüstung. Als zum ersten Mal da irgendwie so eine Trommel da aufgebaut wurde und wir dann ganz zaghaft versucht haben zu singen, die Sache Jesu braucht Begeisterte. Ja, so. Oh, das hat uns, also großer Gott, wir loben, ich wäre uns wahrscheinlich lieber gewesen, ja. Aber wir haben die Sache Jesu braucht Begeisterte. Finden die auch heute noch immer. Und ich las jetzt, dass unser Weihbischof in Rio de Janeiro am Wasserfall jetzt da irgendwie die Laudato Si Omi Signore gesungen hat. Auch schön, nicht tot zu kriegen, ja. Ist das heutig? Ich kenne durchaus viele junge Leute, die mir sagen, oh mein Gott, Herr Pastor, lassen Sie gut sein. Das ist ja so von vorgestern. Was ist heutig? Also, und die Frage, wie bringen wir dann, was wir als heutig erkennen, in eine Form des Gottesdienstes, die ja immer ein Kommunikationsgeschehen ist. Also, Gottesdienst lebt vom Ritus. Und Ritus hat immer Invarianz. Das heißt, ein Ritus ist kein Ritus, wenn er jedes Mal anders ist. Also, wenn ich mir heute Abend noch überlege bei der Flasche Bier, morgen haben wir vier Erwachsenenfirmungen in der Messe. Wie mache ich das denn? Ich denke, wir könnten mal vielleicht, können die Schwester haben irgendwie so einen Öltanz noch machen. Wir bauen eine Ölmühle vorne auf. Ich habe für heute Abend ein paar Oliven gekauft, vielleicht kann ich die dann sponsern, ja. Und die Schwestern mit wehenden Tüchern ziehen ein Mühlrad und dann tropft das Öl. Irgendwie so könnte ich noch immer so ein Ritus kreieren, ja. Das wäre bestimmt schön. Unsere Gäste wären sicher amüsiert. Ja, das kann ich. Das ist ja nicht so schwierig, ja. Ich sehe schon, nicht alle Schwestern wollen mitmachen. Ich sehe schon Vorbehalt in deinen Augen. Aber es ist ja nicht so, als hätte es das nicht gegeben, ja. Vielleicht jetzt nicht so in dieser unterhaltsamen Form, wie ich das jetzt versucht habe, aber... Also ein Ritus ist nur dann ein Ritus, wenn er wiederholbar ist und wenn er wiederholt wird. Und wenn er sich einprägt. Aber was heißt dann, gehen dann Riten gar nicht mehr? Es gibt diese Position auch. Also eher jetzt, ist mir jetzt von katholischen Liturgiewissenschaftlern nicht bekannt, aber es gibt auch andere Liturgiewissenschaftler, die sagen, der Ritus an sich ist nicht in der Lage, das wiederzugeben, was wir feiern. Sondern das muss immer neu, auch Kirche entsteht, das hängt eng zusammen, auch Kirche entsteht nur da, wo sich aktuiert eine Gruppe unter das Wort Jesu stellt. Und sich ganz neu, da kann der Heilige Geist ganz von vorne anfangen. Drehen alles auf Null. Und wir tun jetzt, als haben wir dieses Wort nie gehört. Ja, so. Oh, ich sehe am Aufstand, wir müssen eine... Frau Prentler hat Angst, dass Sie alle gleich dehydriert sind. Deshalb machen wir einen kurzen Ein... Nennt man das dehydriert? Ja, danke. Lebensmittelchemiker haben wir hier. Also damit wir nicht dehydriert sind... Genau. Wir trinken zu wenig. Ich sage das auch mit diesen Ausdrücken. Aber, denn wir halten jetzt nicht den Ramadan. Die sind übrigens arm dran. Jetzt ist Ramadan, aber das ist hart. Ich habe gestern noch mit einem gesprochen, der sagt, das fängt um halb fünf an und vor halb zehn können Sie nichts trinken und nichts essen. Also von morgens halb fünf bis abends halb zehn, weil es hier zu lange hell ist und dann auch noch nicht mal bewölkt ist. Es ist wirklich hart. Wir haben noch eine Anregung für unsere Fastenzeit. Aber dazu später. Jetzt machen wir bitte eine Pause bis 20 nach elf. Und bitte trinken Sie viel. Und das ist es für die Предplanung. Vielen Dank.